Es ist jetzt Freitag, 14. Februar, ich starte jetzt gerade zu einer speziellen Fahrt mit dem schönen Mercedes-Bus. Ich fahre jetzt von Dagmarseelen nach Zürich und dort hole ich jetzt den ganzen Band ab. Das Musikprojekt heisst «Soul Divas», also die Schweizerische «Soul Divas». Und da hat es diverse Musiker und Sängerinnen dabei und wenn ich sie eingeladen habe im Theater Rigibrik fahren wir auf St. Moritz. Auf dem Weg nach St. Moritz. Wir sind auf dem Weg nach St. Moritz, da sitzt Hugo Mauchle, unser Chefkoordinator dieser Reise. Und so sieht der Junior im Februar aus leider keine Schnee mehr. So eben sind wir mit dem Bus angekommen in St. Moritz. Ich gehe jetzt hier in Baden-Ruts Palace. Ich bin heute Abend, die Ballarbeit von der Partie. Und mein Bus ist jetzt leer, ich gehe jetzt auf den Maden ins Zimmer. Und um Mitternacht geht es zurück in Zürich. Dass es entwederстuliere, dass es los24-Azuras ziehten soll und anstatt es auf den Streamicit Imperial Quando beim Schwan einzel는데 carga weiter Aber das museums ist immer noch nicht am Ruhig. Wir gucken nicht her auf, über die die G 44 Nummer. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020